Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Diminish Cap Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir sind in einer neuen Folge am Start und ich möchte heute mal in Richtung der Sela Wasserfälle. Ist das Ding glaube ich, ne? Ähm. Ich glaube das sind sie nicht. Genau, ich glaube ich mache einfach mal kurz einen Quick Warp. Der müsste mich theoretisch eigentlich nach Hause bringen, oder? Ja, komm. Ich kann auch einfach Flöte spielen. Bin ich doof? Ja, ich mache es so oft, aber jetzt wo ich es mal brauchen könnte, mache ich es nicht. Genau, wir teleportieren uns mal hier hin und da oben zu den Wasserfällen sollen wir. Habt ihr jetzt schon ganz oft in die Kommentare geschrieben. Ähm, da würde es wohl den Zugang zu den Wolken geben. Dementsprechend ich, äh, muss jetzt mal gucken wie ich da überhaupt hinkomme, weil ich war da auch noch nicht so richtig, oder? War ich da schon mal so richtig? Was war hier eigentlich drin? Ah, ne Fehlquelle. Nehmen wir mal mit. Ähm, und jetzt müssen wir mal kurz schauen. Äh, hier war ich noch nie. Warum war ich hier noch nie? Hier muss ich einfach mal was aufspringen. Hä? Verstehe ich nicht. Das erschließt sich mir gerade gar nicht, warum ich hier noch nicht war. Äh. Warum war ich hier noch nicht? Da ist das Upgrade für das Schwert. What? Ja, bin ich denn dumm? Das Schwert hat nur die Kraft von Erd- und Flammenelement. Boah, was? Okay, jetzt kann ich auch die Zeile, äh, Leiste aufladen. Wenn ihr habt gesagt, ich soll mal den machen, ne? Achso, dann muss ich B gedrückt halten. IC? Ne, hä? Okay, so richtig, äh, hab ich's noch nicht verstanden. So, warte mal, das ist jetzt auch das Upgrade, ne? Ne, das geht. Ich kann mich hier durchbuddeln. Äh. Warum sind da die Kisten schon leer? War ich hier schon mal? Da drüben scheinbar war ich schon mal, ne? So. Ja, kann ich mich jetzt zweiteilen? Geht das jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Und ein Herzteil. Hey, alter, wie geil. Läuft bei uns. So, warte mal, wir haben jetzt... Der kommt jetzt gleich wieder, oder? Äh, das war schlau. Das war super schlau. Hä, wie gut einfach. Und das lag halt die ganze Zeit einfach hier rum. Warum? Ich, ich, äh, ich versteh's nicht. Frag mich nicht, ist hier was? Ne. Aber ich kann da oben noch mit der Tür interagieren. Hä, wie gut fängt das an, bitte? Ja, hier kann ich nämlich vereinen. So, und da hab ich nämlich das hier. Bam, alter. Tor zur Quelle. Perfekt. Die steinerne Tür. Ach so. Die sogenannte Quelle ist hier. Ähm. Dieser Wasserfall ist bestimmt die Wasserquelle von Hyrule. Gustav sagte, dass da hinterher etwas liegt, das zum letzten Element führt. Lass es uns anschauen, Link. Das ist Gustav. Ach du Scheiße. Ja, das ist natürlich jetzt Kacke ohne Lampe, ne? Hehe. Hilfe. Da geht's hoch. Bitte Licht, bitte Licht. Oh, dankeschön. Hör du. Den muss ich ausblasen, glaub ich, ne? Oh ja, Bomben. Oh, guck mal, das sieht auch mega auffällig aus. Gerade weil wir jetzt auch noch Bomben bekommen haben. Da ist auch einfach geplatzt. Das sieht auffällig aus. Sehr auffällig. Jo. Ja, guck mal. Ich hab hier nämlich jetzt, äh, das, diese zwei Links über dem Schwer. Seht ihr das? Das ist aber nicht im normalen Spiel, oder? Das ist vom Randomizer, glaub ich. Jawoll. Schlüssel zur London Farm. Juhu. Müsste eigentlich der sein, oder? I think so. Weiß ich, ob ich da ein Item bekomme, wenn ich da aufschließe. Ich bin gespannt. Das ist jetzt schon wieder... Blöd. Geht's auch wieder hoch? Okay, es geht noch weiter hoch. Ich gucke aber erstmal den regulären Weg lang, ja? Ah, so. M-m-m. So, hier brauch ich auch Bomben, theoretisch. Da geht's ne Wand hoch. Kann ich natürlich hochklettern. Alles klar. Jetzt ist die Frage, äh... Ja, keine Ahnung. Ich geh erstmal doch hier hoch. In der Hoffnung, dass da... Einfach nur ein Item ist, das auf mich wartet. Mal gucken. Ja, okay. Aber wir können mal kurz ausprobieren. Kann ich mich jetzt vier teilen? Äh, zwei teilen? Ich kann mich zumindest zwei teilen. Ist doch schon mal ein Anfang, oder? Aber hier komme ich zum Beispiel jetzt nicht weiter. Das heißt, ich brauche noch ein Upgrade. Dann kann ich mich erst... Drei teilen. Du, 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 du. Aber gut. Wir machen Fortschritte. Äh, muss ich übrigens noch... Zack. Schön. Ja, geil. Ich freue mich. Dann geht's jetzt die Wand hoch. Bap, 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 bap. Ach, hier kann ich auch noch lang. Oh, nein. Ich wusste es und bin trotzdem reingegangen. Hä? Aber was bringt mir das? Dü, du, du. Okay, wir klettern mal die Wand hoch. Hier kommen bestimmt gleich Felsen runter, oder? Nö. Interessant. Aber hier so ein bisschen Geld. Äh, 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 äh. Geweck. Boah, der ist ja echt super nervig, ne? Diese Springer, die sind... ...mehr als anstrengend. Alter. Boah, der ist ja sehr nervig. Boah, der ist ja nervig. Ja, ja. Okay, so ist ganz gut. Boah, war der anstrengend. Okay. So, Träger der Heiligen Macht. Let's go. Ja, ein Teleporter. Sehr schön. So. Ein Herzteil. Danke. Jetzt sind wir wenigstens wieder fresh. Cool. Oh Gott. War der anstrengend. Hm, hm, hm. Meine Güte. Okay, haben wir hier noch was? Irgendwie zum... Nö. Du, du, du. Höh. Hallo. Hm, 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 hm. Du Scheiße, hier sind schon wieder 50 Wege. Okay, was ist hier drin? Schatzkiste. Sehr schön. Noch ein Herzteil. Hä? Ah, wir haben schon wieder einen neuen Herzkotiner? Hä? Wie schnell? Alles klar. Bin ich gut. Okay, es geht hoch, es geht runter, es geht da lang. Ich, äh, ja. Keine Ahnung. Erinnert mich dran, dass da auch noch lang geht. Die große Geldbörse, jawoll. 500 jetzt, oder? Keil. Leute, Alter. Ah, warum bin ich nicht vorher hier lang gegangen? Das hätte mir ja viele Sachen erspart. Viele Nerven. Ha. Scheiße. Okay, hier geht es wieder weiter hoch. Was ist hier? Hier geht es hier wieder runter. Okay, was ist hier? Okay, hier waren wir noch nicht. Das ist doch eine Falle. Nee, ist keine Falle. Tatsächlich nicht. Aber das, oder? Das machen sie nicht zweimal mit uns. Nein. Du, du. Ist hier drin irgendwas? Oh. Kohle. Nice. Nice to know. Ja, ein bisschen was hat es gebracht. Ich weiß halt immer noch nicht, wofür ich das ganze Geld brauche, aber naja. So, dann habe ich hier richtig gesehen, oder? Hier ist ein Eingang offen. Ja, hätte vielleicht ein ganz cooles Item sein können, aber hier war halt nur ein Rubin. Leider. Okay, aber cool. Wir kommen gut voran. Dann haben wir jetzt auch alle Wege abgeklappert soweit, glaube ich. Dann können wir jetzt da die Felswand noch hochklettern. Sehr schön. Richtig viel Progress schon gemacht heute. Und noch nicht mal, und gerade mal die Hälfte des Parts rum. Ach ja. Hi. Wie auch die Hände hochmacht. Cool. Hi. Herzlich willkommen, mein putziger kleiner Mützwicht. Schön, dass du mich hier im letzten Winkel des Gebirges besuchen kommst. Hast du zufällig schon mal einen Schild gesehen? Hast du einen für mich? Schilde gelten unter Eisengormes der Kronen als wahre Delikatesse. Redet er jetzt von einem Schild zum Lesen? Ah, ich würde so gerne mal einen probieren. Ah ja, hier geht's jetzt in die Wolken. Tatsache. Ist das der Dungeon jetzt direkt? Ist es der Dungeon? Wir haben drei Schlüssel. Über den Wolken. Ah, die Musik. Hey, wie geht das? Du kannst ja auf Wolken gehen, obwohl du von der Erde bist. Aber was mich noch mehr wundert, ich war mit meiner Schwester auf dem Minneschwest. Und auf dem Rückweg war auf einmal alles voller Ungeheuern. Normalerweise wird ein günstiger Wind, wenn man mit den Fragmenten, das auf dieser Wolkenkafel abgebildet ist, Fragmente vereint. Doch wegen der Ungeheuer können wir keine Fragmente suchen. Und auch nicht dorthin gelangen, wo man Fragmente vereint. Du bist doch stark. Suchst du ein paar Fragmente für uns und vereinigst sie? Mit dir auch? Oder wie war das? Ich glaube, die Wolken konnte man auch wegpusten, oder? I don't know. Oder das hier? Ne. Gar nichts. Schade. Was machen wir nur in der Nu? Wenn du als Mensch von der Erde auf Wolken gehen kannst, musst du ein guter Mensch sein. Ich habe ein Problem. Ich war mit meiner Schwester auf dem Minneschwest und auf dem Rückweg wehte plötzlich kein Wind mehr. Achso, die Fragwende machen das mit dem Wind. Jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Äh. Bing. Okay, zack. Äh, aber davon habe ich vier. Das heißt so, oder? Die beiden Fragwende passen perfekt. Schauen wir mal. Erstmal Schluck Kaffee. Hm. Ah, die müssen alle wehen. Oh Gott. Ja dann, äh, einziger Weg, äh. Ne, warte mal, darüber könnte ich auch. Mit dem Ding. Hm. Hm. Oh Gott, da gibt es sehr viele Wege. Äh, ich gehe erstmal den. Mnion. Und dann kann man sich überall runterfallen lassen. I see. Und hier kann ich auch noch buddeln, oder was? Ach du Kacke. Durch die Wolken buddeln, genau. Ach, das wird schon wieder lustig hier. Aber ist das schon der Tempel? Das ist ja nicht der Tempel, ne? Das ist jetzt, glaube ich, erstmal nur das Vorgeplänkel. Ich bin mir halt auch gar nicht mehr sicher bei den ganzen Sachen. Ist schon so lange her. Hm, hm, hm. Ne, 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 ne. Okay. Ja, da runterspringen bin ich jetzt nicht viel, ne? Ne. Und demnach gehen hinten hoch. Ich weiß nicht, ob da noch eine neue Ebene uns erschließt. Ja doch. Okay. Hm, hm. Dann können wir da noch runter. Und da noch lang. Ach, Herr Jemine. Okay. Aber bevor ich hier jetzt weitergehe, ich gehe nochmal kurz auf die andere Seite und schmeiße mich da in den Tornado rein. Hm, hm, hm. Und zwar hier, ne? Ach so. Äh. Ah, das sind ganz viele Tornados. Oh Gott. Du Scheiße. Wo geht's denn hier überall hin? Gott. Hm, hm, hm. Haben wir hier ne Karte? Schon, aber ohne Items. Also ohne. Hier bist du schon. Hm, hm, hm. Hm, hm. Na, super. Oh Gott. So, hier muss auch, keine Ahnung, äh, Gegner besiegen. Bringt das auch was? Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Ja, okay. Ein Herzteil sogar. Hey, cool. Hm, hm. Anders wären wir hier auch gar nicht mehr weggekommen. Oh, das ist aber auch, äh, viel Stuff auf jeden Fall hier. Müssen wir mal gucken. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Geh ich mal direkt hier runter? Dann kann ich wieder Fragmente vereinen. Bing. Shit. Bing. Aber es fehlen noch welche. Glaube ich. Ich glaube, so viel können wir hier noch gar nicht machen. Leider. Dä, 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 dä. Naja, wir gucken mal weiter. So, jetzt sind wir... Jetzt sind wir wieder hier. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ich kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern, dass da so viele Wege waren hier. Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall auch nicht der offizielle Weg hier lang zu jumpen, glaube ich. Weil normalerweise hast du, glaube ich, diesen Reifenmantel ja noch gar nicht. Frage, ist hier in den Wolken auch einfach mal random irgendwas drin oder... Nee, ne? Ich glaube, da kann ich... Brauche ich keine Angst haben, dass ich da was verpasse. Ich hoffe es zumindest. So, da drüben könnte man rüberspringen. Wenn ich das richtig sehe. Aber wir gehen erstmal hier runter. Da ist auf jeden Fall wieder ein Fragment. Die passen gar nicht zusammen. Das sind, glaube ich, wirklich nur die hier. Aber das war das letzte. Und scheinbar brauche ich aber noch... Dann habe ich davon... Davon habe ich irgendwie eins mehr, ne? Davon habe ich jetzt nur drei. Mit den Wolken. Nee, warte mal. Das ist das mit den Wolken. Das andere weiß ich jetzt nicht. Ich bin verwirrt. Ich brauche auf jeden Fall mehr. Die Frage ist, wo bekommt man die? Möglicherweise hier. Ich besiege mal kurz die Gegner. So, da gibt es... Wieder ein Herzteil. Aber normalerweise sind das wahrscheinlich die Fragmente, oder? Gehe ich mal stark von aus. Also müsste es hier eigentlich ein bisschen was noch geben. Büsschen. Nakito. Okay. Vielleicht mit einem Boosterish. Ja. Oh, der Arme. So, das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr tun, ne? Ne. Da brauche ich jetzt ein anderes Fragment. Ja, scheiße. Aber die muss es ja... Es muss ja hier allgemein jetzt noch ein paar Sachen geben. Wo ich welche bekommen könnte. Da ist noch eine Schatzkiste. Glückschwunsch. Jetzt kannst du schneller schwimmen als vorher. Oh ja. Cool. Swim Butterfly. Ich muss gar nicht mehr, dass es so was gibt. Gott. Also das hier mit den Wolken ist auf jeden Fall mega undurchsichtig, sag ich mal. Da muss ich mich schon ein bisschen konzentrieren, dass ich da jetzt alles mitnehme. Es gibt auf jeden Fall scheinbar gut was zu holen. Eins noch. Da sind wir schon wieder eins weiter. Hm. Okay. Ich lasse mich hier nochmal runterfallen. Waren wir hier schon? Ja, jetzt mal wieder hier. Ja, mit dem konnte ich jetzt schon wieder nicht vereinen. Oh, scheiße. Die Frage ist, wo kriege ich denn jetzt noch was her? So, hier waren wir jetzt auch schon. Hm. Hm. Aber hier war ich auch. Ja. Hm. Ja, habe ich jetzt nicht schon alles abgeklappert? Mir fehlen auf jeden Fall... Was ist das hier? Sieht auffällig aus. Weiß aber nicht, ob ich da was machen kann. Bombe. Büsterig. Ansonsten fällt mir nichts weiter ein. Hm. Hm. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall irgendwie... ...komisch aus, finde ich. Warte mal. Hm. Hm. Ja, ich don't know. Hm. Hm. Ja, der Part ist auch schon wieder rum, Leute. Wahnsinn. Wir sind auf jeden Fall... Ja, wir sind stärker geworden, ne? Wesentlich stärker. Die Frage ist jetzt halt wirklich, was, äh... Können wir noch tun? Wo geht es weiter? Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns zwei zu teilen. Oh, es gab ein paar Orte, glaube ich, wo man... ...damit was machen konnte. Aber wo waren die? Das ist jetzt die Frage. ...die ich mir stelle. War das nicht auch ein Feuertempel? Gab's da nicht auch sowas? Warte mal, ich nehm hier mal den Kotz mit. Wow. Ja, da ist auf jeden Fall eine Schatzkiste. Hm, hm. Okay, hier war man, glaube ich, auch noch nicht. Tü, tü, wieder Lakido. Ja, Leute, ich würde aber sagen, wir machen im nächsten Part weiter hier über den Wolken. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum Diminished Gap Randomizer. Und gerne Tipps da lassen. Tschüssi, Leute. Schaaf-تيacht. Schaaf-te solager. Schaaf-tei.